Wir machen heute was weihnachtliches, weil wir sind ja heute im letzten Vorbruch vor Weihnachten. Da haben wir gedacht, komm, ich bin ein paar Weihnachtslieder. Und wir machen ja immer an Weihnachten, machen wir immer auf unserem YouTube-Kanal und Facebook und Instagram, machen wir immer irgendwie ein Video, wo wir ein paar Weihnachtslieder aufnehmen. Und das haben wir letzte Woche aufgenommen. Es ist noch nicht hochgeladen, das muss ja zuerst noch zusammenschneiden, sodass wir es abrufen können. Und wir spielen das heute live zum ersten Mal, das Ganze. Moana! Ciao! So! 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 So ist es nicht oder so oIST! So! So. So! So wie's denn? So! Vielen Dank.